Heute bei Kino Kino. Es geht um den Sportlehrer meiner Tochter. Sie hat bestimmt schon von mir gehört. Wenn Sie sich im Kino irritieren lassen wollen, empfehlen wir den bösen Onkel aus der Schweiz. Sexuelle Belästigung und eine Gesellschaft, die wegsieht. Hier inszeniert als fragmentarischer Bilder Strom. Unkonventionell, grotesk, verstörend. Ein Wagnis.